Wer fliegt so hoch und schnell wie ein Vogel? Wer ist stark so wie ein Stier? Wer hat das Wissen von all den Lehrern? Wer ist unsichtbar? Die Grundschul-Superhelden, sie kommen um zu helfen. Die Grundschul-Superhelden, Jonas, Anna, Karo und Finn. Wer fliegt so hoch und schnell wie ein Vogel? Wer ist stark so wie ein Stier? Wer hat das Wissen von all den Lehrern? Wer ist unsichtbar?